Moin und herzlich Willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day und Swing Dating Sektion der Formationstrader am Donnerstag, dem 21. August 2014. Wir schauen gleich auf den DAX vorher. Der Blick auf Aurubis hatte ich Ihnen auch bei unserem Webinar, wenn Sie dabei waren, gezeigt und gesagt, wir haben hier eine bullische Keilformation gebildet und wir müssen auf die Quartalsergebnisse abwarten. Da kommen die Quartalsergebnisse und sind extrem stark. Allerdings hatten wir auch die ganze Zeit gesagt, diese Aktie ist sehr stark rohstoffabhängig, sehr stark kupferabhängig und deswegen ist es auch nicht ganz so einfach nur diesen Chart zu bewerten, sondern worauf wir auch achten müssen ist, was mit der Preisentwicklung bei Kupfer ist. Zweifelsohne ist diese Aktie auch im richtig großen Bild, in einer richtig großen bullischen Keilformation, oberhalb der Zone um die 40 Euro, hat der Marktpotenzial eine größere Bewegung zu machen. Was auch sehr interessant ist, ist, dass diese mittelfristige aufwärtsgerichtete Trendlinie bärisch aufgelöst wird, aber es findet keine Fortsetzung. Diese Trendunterstützung hilft und der Markt kommt jetzt wieder über diese Trendlinie drüber. Diese große bullische Keilformation interessiert uns nicht so sehr. Was uns interessiert ist schon diese kleine bullische Keilformation und die Bewegung in Richtung der oberen Begrenzung, dazu 40 Euro, dazu die 200-Tage-Linie. Das ist, wie gesagt, eine Rohstoffaktie. Wir tragen das auch in unserer Trägerliste als ein Rohstoff-Trade ein. Und deswegen, weil es eine Aktie ist, weil ich Ihnen das auch beim Webinar gezeigt hatte, zeige ich es Ihnen auch heute. Und der Grund, warum wir hier eine Position eröffnen, ist, weil gestern Kupfer ebenfalls mit einer richtig schönen hier großen bullischen Keilformation, bullisch aufgelöst worden. Wir haben gesagt, wie Tadens nicht. Es läuft in so eine wichtige alte Trendunterstützende Linie, die jetzt Trendbegrenzen ist. Es scheitert und scheitert und kommt wieder zurück. Und gestern, schauen Sie sich das an, kommt diese richtig schöne Gegenbewegung. Wir machen jetzt einen kleineren Pullback. Dadurch, dass wir jetzt eine Position bei Aurobis eröffnet haben, müssen wir hier bei Kupfer selbst nichts mehr machen. Die Aktie hat er auch, und das möchte ich Ihnen auch noch gerne zeigen, gute Ergebnisse, wie gesagt, vorgelegt. Und wir haben deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung in Richtung der 200-Tage-Linie. Mit der Unterstützung von Volumen, 20, 50-Tage-Linie, alte Trendbegrenzen Linie, jetzt Trendunterstützung. Und deswegen finden wir diese Zone sehr interessant. Der Blick auf den DAX, der gerade dabei ist, die 20-Tage-Linie hinter sich zu lassen und ein höheres Hoch und ein höheres Tief zu machen, nachdem wir gestern ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief gemacht hatten. Vielleicht ein kurzer Blick zurück. Wir hatten miteinander darüber gesprochen gehabt, über den 15-Minuten-Chart, wenn Sie sich daran erinnern, dass wir hier Potenzial haben, zunächst einmal für eine Gegenbewegung in Richtung dieser offenen Kurslücke, in Richtung 9.250, 9.260. Das arbeiten wir ab. Und dann haben wir gesagt, hat der Markt Potenzial, noch einmal in Richtung 9.300 zu laufen. Das macht der Markt. Allerdings läuft er nicht nur in Richtung 9.300, sondern deutlich darüber. 9.370 in der Spitze. Das heißt, diese Bewegung, dass sie in Richtung 9.370 laufen würde, das haben wir nicht gesehen gehabt. Wir haben hier immer noch eine bärische Keilformation. Nach wie vor sieht man auch besonders gut, wenn ich Ihnen das einmal über den Stunden-Chart zeigen darf. Das ist die trendbegrenzende Linie. Das ist die trendunterstützende Linie. Gleichzeitig ist das über den Stunden-Chart immer noch eine Bärenflagge. Das ist die Stange und das ist die träge Flagge, die aufwärts gerichtet ist. Sollten wir einen Stunden-Schlusskurs unterhalb der 20-Stunden-Linie generieren, unterhalb dieser aufsteigenden Trend-Linie generieren, unterhalb der 9.300 generieren, ist eine Bewegung in Richtung 9.200 sehr wahrscheinlich. Darunter nochmals sind diese ganzen offenen Kurslücken, die wir hier über den 15-Minuten-Chart noch haben. Zum einen Ende der offenen Kurslücke 9.090 und dann auch noch 9.020 durchaus möglich und wahrscheinlich. Wann ist eigentlich dieses bärische Setup, von dem ich die ganze Zeit spreche, nicht mehr gegeben? Schwierig. Ganz schwierig. Der Markt kann hier noch sogar in Richtung 9.4, 9.430 laufen. Tue mich extrem schwer, sage ich Ihnen, die ganze Zeit schon hier, seitdem wir im Bereich von 9.30, 9.350 sind, zu sagen, jetzt traden wir hier irgendetwas für 2-3 Tage auf der bullischen Seite. Man sieht auch mehr bärische Setups aktuell im Markt, als dass man bullische Setups sieht. Allerdings, ganz unabhängig vom DAX, etwas, was uns auf der bullischen Seite nach wie vor interessiert, ist, was die Xing-Aktie macht. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, ich zeige Ihnen das einmal bitte über den Tageschart. Xing hatte eine Stange, dann hier eine bullische Wimpelformation, Dreieck gebildet, nach oben aufgelöst. Und jetzt machen wir hier einen leicht abwärts gerichteten Trendkanal, sieht aus wie eine Bullenflagge. Gut. Abverkauf, liegen geblieben. Da haben wir gesagt, Leute, der kann hier in Richtung der 200-Tage-Linie, der ist sogar deutlich tiefer gelaufen. Jetzt wird er gekauft, und zwar ordentlich mit Volumen, und jetzt läuft er seitwärts, läuft seitwärts, läuft seitwärts. Was meinen Sie, was passiert, wenn wir hier über diesen Schatten gehen, wenn wir hier über den Stunden-Schatten schaffen, über die 92, 56 zu gehen? Dann hat der Marktpotenzial, richtig eine starke bullische Bewegung zu machen. Und das würde uns auf der bullischen Seite hier durchaus interessieren. Wenn wir dann zu den bärischen Setups uns zuwenden, ganz wichtig, ich will das nicht verpassen, Ihnen das nochmal zu sagen, Leute, was den DAX angeht, wartet die Bestätigung ab. Wartet es ab, dass hier über den Stunden-Chart entweder diese Formation bärisch aufgelöst wird, damit ihr Potenzial habt, in etwa 70, 80 Punkte zu handeln, oder dass diese übergeordnete, aufwärtsgerichtete Trendlinie bärisch aufgelöst ist, und dann hat man Potenzial, eine längere bärische Bewegung zu handeln. Und was die Aktien angeht, DMG Mori, muss man sagen, hässlich abverkauft, mit viel Volumen und bewegt sich in Richtung 20-Tage-Linie, alte trendunterstützende Linie. Im Moment hier klare Stärke, die K-Linie steigt, die D-Linie steigt, das Momentum steigt, allerdings, wenn hier Schwäche reinkommt, durchaus Potenzial für eine Gegenbewegung, was man als Bär-Pullback hier bezeichnen kann, und dann nur einmal eine bärische Bewegung zu machen, behalten wir auf jeden Fall ebenfalls bei uns mit auf der Watchliste. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen, nachher ist Silvio für Sie da, mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes, und selbstverständlich schauen wir heute Abend noch auf die Rohstoffe, und wenn Sie sich für die Forexes interessieren, die finden Sie auf unserer Homepage, die sind bereits schon publiziert worden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Mein Name ist Hamed Esna Achari.